Hallo Nino. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Florian erinnerst. Florian ist dein Sohn, den du mit mir zusammen sitzen gelassen hast. Sein Wunsch ist es, einmal mit dir in Urlaub zu fahren. Ich möchte dich bitten, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Was ist das denn für eine Reise? Das ist eine Fahrt für Menschen mit und ohne Behinderung. Hey, du musst Nino Becker sein, richtig? Hi, ja. Ich bin Tina, Tina Fröhlich und sozusagen die Leiterin hier. Ich wollte jetzt mal ein Frühstück machen. Was ist denn so eigentlich morgens? Tina! Nino, du musst sofort aufstehen. Florian, Florian hatte einen Anfall. Sein Zustand ist noch nicht ganz stabil. Ich müsste dringend mit den Eltern sprechen. Ich bin der Vater. Du hattest recht. Florian ist einfach wunderbar. Wann hattest du vor, es mir zu sagen? Du hast mich verarscht. Hatten Sie schon einmal das Gefühl, die Zeit einfach zurückdrehen zu wollen? Du bist trotzdem der Vater. Du wirst es auch bleiben. Du musst wieder anfangen zu leben. Oder noch besser. Am Ende. Am Ende hältst du es nicht mehr aus und dann gibst du dir die Kugel. Du wirst es nicht mehr aus. 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 Vielen Dank.